Hi! Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Dienstag und Mittwoch. Aber gestern habe ich auch was gesagt, glaube ich. Ein bisschen was gesagt. Ich habe heute nicht ganz so viel Müdigkeit. Es geht. Ich bin nicht extrem müde, nur ein bisschen und kaputt. Aber ein bisschen Sport können wir machen. Zehenspitzen, auf Zehenspitzen, auf Zehenspitzen, auf Zehenspitzen, auf Zehenspitzen. Ich würde vorschlagen, so fünf Minuten können wir machen. Ein kurzes, schnelles Ganzkörper. Ich habe ein bisschen Muskelkater an meinem Po. Und nein, ich hatte keinen Unfall. Ich habe hier noch Farbreste und so. Falls man das sieht, ist kein Blut. Es ist feuerrote Lackfarbe für die Kinder-Outdoor-Küche. Ich habe ein bisschen Muskelkater in meinem Po. Warum auch immer. Zehenspitzen, Zehenspitzen. Wenn man hier hoch geht. Ein bisschen dehnen. Und ganz wichtig, so. Aber ich muss mal einmal gucken, ob der den Ofen ausgemacht hat. Nicht, dass das Essen verbrennt wieder mal. So, da bin ich wieder. Wir haben das gemacht. Wir haben dies gemacht. Also, wir sind gut vorbereitet. Entschuldigung, meine Nase hat gekitzelt. Ich habe nicht gepumpt. Meine Nase hat gekitzelt. In der Knochen. Ich muss schon die Koare noch spannen. Oh Gott. Ich muss euch da aufstoßen. Ein bisschen in den Knie gehen. und drücken. Dann können wir das hier noch mitdrücken. Sieht immer besonders schön aus. Und drehen und auch in die andere Richtung drehen. Immer schön in beide Richtungen drehen. Schultern auch. Kreisen lassen. Kreisen lassen. Und noch andersrum. Oh Gott, ich dachte schon, wer schreit hier. Das war mein Bauch. Wer hat Hunger, das Essen ist fertig. Noch einmal schnell drücken. Also. Kreisen. Ein bisschen schneller ruhen. Und jetzt rumkreisen. Und. Ende mit Rudern. Jetzt machen wir noch schnell einen Plan. Ganz schnell. Denn das Essen ist fertig. Und. Und. Du, 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 du. Geh, du, du, du. Ne, du, 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 du. Gucke dich. fertig wo schon sechs minuten ich wollte nur fünf ich wünsche euch noch einen schönen abend tag schön start in den donnerstag war das noch morgen und denkt an den daumen bis bald bei